Genosse General, die GBA hat Balikchi besetzt und die Einwohner der Stadt vertrieben. Unsere amerikanischen Freunde haben uns ihre Unterstützung im Kampf gegen die GBA zugesichert. Zerstören Sie die Stadt und zerquetschen Sie die Terroristen wie Insekten. Der Overlord, mein absoluter Lieblingspanzer. Das ist der geilste Panzer von allen, die es gibt. Und schön, dass die westliche Allianz unsere Freunde sind. Hm, der Feind meines Feindes und so weiter. Ich verstehe. US-Bomber, wir haben Sie auf dem Radar. China-Command out. Roger, hier ist der schwere Bomber Bravo 1-0. Zielsystem ist aktiviert. Ziel ist auf dem Radar. China-Command, warten auf Angriffsbefehl. US-Bomber, Angriffsbefehl erteilt. Over and out. Roger, China-Command. Bravo 19 greift an. 30 Uhr und zurück. Weichwennstlaut. Bravo 1-9 an China-Command. Einsatzstelle erreicht. Ich bitte. Die USA stellen uns ihre auf dem Flughafen stationierten Bomber zur Verfügung. Bombardieren Sie die Verstecke der Terroristen, bevor Sie mit Bodentruppen vorrücken. General, die Stadt ist eine Hochburg der GBA. Wir müssen die Terroristen vertreiben. Zerstören Sie Ihre Stützpunkte. Es wird Zeit, unseren Fehler zu korrigieren. Verschonen Sie niemanden. Ja, und mit diesen, äh, brachialen Worten begrüße ich euch wieder zu einem, äh, weiteren Let's Play. Ja, ähm, Command & Conquer Generals. Oder Generäle, deutsche Version, indiziert. Äh, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ihr habt schon den Start gesehen. Wir haben uns jetzt mit den, äh, großen Amerikanern verbündet, um die GBA endgültig zurückschlagen zu können. Wir haben einen großen Bombenteppich dafür bekommen. Ich muss mir jetzt erstmal kurz reinfinden. Wie machen wir das denn? Äh, oh, was ist das denn? Uh, Nukleargeschütze. Siehst du, Atomgranaten über lange Distanzen. Oh, uh. Genosse General, im Norden gibt es zusätzliche Rohstoffe. Machen wir mal, oder? Oh, wir haben noch mehr Auswahl. Die will ich wieder und die will ich und... Oh, ich kann so vieles machen. Und die will ich. Alles klar, alles klar, alles klar. So, also, wir müssen die eigentlich nur komplett aus dem Leben bomben. Bombenteppich. Ich weiß nur noch nicht, wie man den benutzt, um ehrlich zu sein. Aber man muss sich wahrscheinlich hier drauf geben. Es hat ja geblinkt. Ah ja, hier, guck mal. Und dann einfach hier wegbomben, was geht. Alles klar. Wann kommt der Bombenteppich? Ja, drei, zweieinhalb Minuten hat der Aufladzeit. Da unten kommt das Flugzeug. Klärt auch gleichzeitig ein bisschen für uns auf. Oh, 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 oh. Einheit verloren. Puff. Der kam wohl nicht ganz an. Okay, kein Problem. Alter, was haben die denn für fette Geschütze da drauf gehabt? Äh, egal, wir schicken einfach einen Artillerieschlag. Guckt euch mal an, warum haben die so fettes Dingerwerfer? Naja, was soll's. Genosse General, im Südwesten sind wichtige Zivilgebäude, die wir einnehmen sollten. Im Südwesten, also da unten. Ja, das stimmt, die sind nicht ganz unwichtig. Gut, dann schicken wir mal eine kleine Armee gleich. Machen wir uns bereit und schicken die dann los. Was war das denn? Achso, ja. Haha. Ah, 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 ah. Hi, hi, hi. Was kommt hier? Einheit verloren. Ähm, ähm, ähm. Gatlingpanzer, ich brauche euch. Was ist mit Mix? Gatlingpanzer? Bitte? Okay, ich habe hier feste Gatlings. Bitte, 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 bitte. Jawohl, easy peasy. Was habe ich denn an Möglichkeiten für Einheiten? Gar keine. Ich muss echt nur mit den Lufteinheiten kämpfen und dem, was ich hier habe. Ich sehe, ich sehe. Äh, das bedeutet, ich werde mit meinen Lufteinheiten hier soweit alles freiräumen, bis ich, äh, ohne Probleme hier rein kann. Okay, das sollte kein Problem sein. Genosse General, wenn wir eines dieser GBA-Lager zerstören, ist die Basis der Terroristen geschwächt. Ach was. Commander Obvious ist wieder am Start. Steuerung 1. Geschwader 2. Und ihr dürft gleich mal direkt losfliegen und mal gucken, was wir hier vorsichtig erkundschaften können. Ja, ja, oh, mit, oh, das sind dicke Panzer. Kommt die denn her? Oh, oh. Ähm, flieg mal bitte wieder zurück hier. Äh, ja, das ist jetzt, äh, ich habe da nichts gegen und ich kann da nichts gegen bauen, oder? Wow, sag mir doch, dass ich das alles bauen kann. Idiot. Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Raus, raus, Männer, raus. Das ist eure, eure Möglichkeit, Helden zu werden. Kommt hier rein. Zack, 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 zack. Wow. Wow, jetzt kommen die, okay, dafür habe ich ja was. Genosse General, noch vier Ziele. Ihr könntet Helden werden, wenn ihr den kaputt macht, ey. Nice, da, direkt zu drei Sterne. Mensch befördert. Was soll das denn? Ich mache die da weg. Ähm. Ja, ich habe also doch die Möglichkeit, hier, äh, Einheiten zu produzieren. Oh, der Overlord. Was brauche ich denn? Propagandazentrale. Habe ich eine Propagandazentrale? Ich habe eine Propagandazentrale. Der Overlord ist so toll. Ich mag den. Ah, der weiß nämlich auch, dass er groß ist. Der zeigt das auch. So, Bombenteppich. Was greifen wir denn mal an? Haben wir jetzt hier den Weg frei? Einigermaßen. Ne, hier noch nicht. Aber okay, ein, äh, einmal Stinger schießen. Ah, da kommt der zweite Stinger-Schuss, ne? Einheit verloren. Egal, wir nutzen an dem Bombenteppich erstmal für was anderes. Wir haben es ja und greifen erstmal hier an. So. Ich brauche hier übrigens neue Verteidigungssachen. Komm, 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 komm. Einheit verloren. Oh, hier war so ein Fass. Äh, die, äh, GBA oder IBG hat die Möglichkeit, so Fässer hinzubauen. Die sind unsichtbar. Ich sehe die nicht. Wenn aber Einheiten von mir in die Nähe kommen, explodieren die daran halt. Das ist ganz schön, äh, sneaky-beaky. Ganz schön gemein. Hm, schön hier. Finde ich auch. So, was haben wir denn? Ein Overlord. Ach, der ist so schön. Ein Nukleargeschütz. Das will ich auch mal ausprobieren. Und dann hole ich mir ein Overlord. Dann hole ich mir noch ein Overlord. Und damit kann man einfach durchballern überall. Uh, uh, Overlord. Hey. Er fährt durch unsere Basis spazieren. Das ist okay. Was kann ich denn hier machen? Nationalismus. The Overlord. Panzer, Battlemaster steigt um 25%. Ich fahre hier spazieren in das Gegnersbad. Oh, ne dicke Kanone. Und er kann wohl ziemlich weit schießen. Vorsicht, das Baby ist entfindlich. Oh, Vorsicht, das Baby ist entfindlich. Oh ja, der schießt weit. Damit habe ich jetzt das auch aus der Welt geschafft, das Problem. Sehr schön. Ich warte noch kurz, bis der Bombenteppich bereit ist. Dann kombiniere ich das. Jawohl. Sehr schön. Ja, dann bombe ich mit dem hier halt alles weg. Krieg noch ein bisschen, oh, Overlord. So, an diesem Overlord, das Geile ist, du kannst den aufmotzen. Du kannst da einen Bunker reinbauen. Dann setzt du einfach einen Manneken rein. Du kannst da einen Gatling-Geschütz draufbauen. Was ziemlich stark ist, auch gegen Luftverteidigung und Menschen. Manneken, obwohl du deren Geschütze auch mit Gift ausstatten kannst. Dann ist er auch effektiv gegen Menschen. Und man kann einen Propagandaturm drauf packen. Der repariert dann andere Einheiten in der Nähe. Ja, und was braucht man mehr? Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Ich muss mich dringend um mehr Geld kümmern. So. Ah. Und der Propaganda-Overlord, der findet nämlich auch diese geheim fiesen Fässer hier. Zieht es euch rein. So, ich werde jetzt erstmal... Genosse General, noch vier Ziele. Ja, ja, ja. Chill mal deine Base, bitte. Ich habe gerade Spaß am Töten gefunden. Ja, also mach mich hier nicht fertig. Einheit verloren. Da waren wieder so ein paar Fässer. Ähm. Nicht nett. Die haben mein Nukleargeschütz zerstört. Der Overlord ist so stark einfach... Einheit verloren. Oh. Oh, die haben so fette Panzergeschützer auch noch, ja. Ja. Genosse General, in der Stadt wimmelt es von Terroristen. Achten Sie auf versteckte Bomben. Oh, ist das stinkstark. Ich liebe den Overlord. Und wenn der erstmal noch aufgemotzt ist, ne. Ho, ho, ho. Ui, ui, ui. Ich bin auch so ein Geschütz. Das ist lustig. So, was haben wir denn noch hier so... Lasst uns bauen. Lasst uns bauen. Wir haben große Pläne. Das war mein herbstes Gebäude. Oh ja, das finde ich auch. So, liebe Leute. Eins, zwei, drei, vier. Vier, 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 vier. Fünf passen da rein, ne. Fünf. Ich bin hier mit meinem Zufall. Das Gebäude ist die fahrt die Helden im Wohlstand leben. Ich bin hier mit dem Bord. Ich reife unsere Bordes an. Ich mag große Ziele. Er mag große Ziele. So. Immer ein paar Hacker hier irgendwo hinstellen. Aber nicht mehr, wenn die hier durchfahren. Einheit verloren. What? Achso, mein Flieger wahrscheinlich. Ah, wird einfach repariert. Gar kein Problem. Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Gut. Bombenteppich. Hm. Hm, hm, hm. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich meine, der kostet uns ja nichts, ne. Der scoutet dann quasi auch noch ein bisschen für uns. Dann schicken wir den jetzt einfach mal hier wieder los. Und schauen mal, wo der unterwegs noch angegriffen wird. System ist von mir sicher. Wir werden sich unbekommen. Und in der Zeit kann ich ja hier schön weiter, ne. Hier unten. Einheit verloren. Was war dein denkwürdiger Tag? Da haben wir noch eine Stinger-Stellung. Gleich nicht mehr. Hat die nicht noch so einen? Ach, eure Angriffe sind so lächerlich. Genosse General, noch vier Ziele. Ja, da fahre ich einfach mit den Overlords durch. Wer oder was greift da an? Ich weiß, was du dann bist. Du kleiner Tenner. Nein, bitte nicht den Bunker noch verlieren, ey. Na toll. Na toll. Ja, schieß jetzt, schieß jetzt, schieß jetzt. Schieß. Haha. Hö, 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 hö. Mit den eigenen Waffen geschlagen. Seht ihr, ich brauche nichts anderes außer diese Overlords. Die sind so krass stark. Damit gehe ich durch. Da ist irgendwo was. Hier. Zumal, wenn die sich dann selbst hochbefördert haben, dann reparieren die sich noch gegenseitig. Ja, das wird so einfach so. Alles so easy, ganz ehrlich. So, wo hatten wir denn hier noch? Nirgends. Also Bombenteppich los. Weiteres Ziel hier für den Bombenteppich. Einheit verloren. Da ist der dicke Bomber. Einheit verloren. Alles klar, Overlord. Der nächste, bitte. Ach ne, das ist das Nukleargeschütz. Da kommt der Overlord. Die beiden Overlords. Ganz im Ernst, ich brauche nur noch diese vier Overlords. Damit bretter ich überall durch. Ganz wirklich, ganz im Ernst. Hashtag ohne Spaß. General, unsere Basis wird angegriffen. Gettling-Geschütz bereit. Was soll ich hätten? Ich sauge das Internet leer. Ich sauge das Internet leer. Ja, okay, da sind echt unbegrenzte Ressourcen drin im Internet, oder? Geld-Ressourcen. Los, bevor der, bevor der Ding... Nein! Scheiße. Die gehen nämlich auch jetzt hoch. Aber okay. Oh, oh, jetzt kommt eine Autobombe. Eine wütende Autobombe. Geht links. Pah, ich lache mich tot. So, rücken wir mal vor, wa? Was wollt ihr gegen die Overlords tun, hä? Was wollt ihr jetzt machen? Mich hält nicht. Genosse General, noch vier Ziele. Ja, entspann dich. Gleichsens noch drei Ziele. Die Overlords regeln das. Also gegen die Overlords kann man nicht viel unternehmen. Zumal die Gettlings sind auch gegen Lufteinheiten stark gegen den Schienen. Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Genosse General, noch drei Ziele. So, wo geht's jetzt nächstes lang? Fahren wir doch einfach mal hier hin. So, ich kann jetzt aber mal... Hab ich das denn schon erforscht? Ich glaube nämlich nicht. Ich brauch auch keine blöde Lotus-Tussi dafür. Wir haben hier eine Menge Platz. Der hier. Hau du mal hier hin. Feindliche Taleneinheit entdeckt. So, opfern wir nochmal ein paar amerikanische Einheiten, bevor wir unsere Männerdeile rosschicken. So, wo soll denn hier noch was sein? Das Ding, glaube ich, hier, ne? Einheit verloren. Oh, was war denn das? Nein! Wow! Okay, alles klar. Da hab ich ein bisschen was verloren gerade. Äh, äh, an einen, äh, an Menschen. Eine Einheit, wollte ich sagen. Räumen wir die Stadt nochmal komplett auf. Haben wir damit getan. Das Nukleargeschütz, wir brauchen das eigentlich nicht so unbedingt. Räumen wir die Overlords. Also, wie gesagt, ähm, eigentlich gehört es noch zu den Technologien, dass man diese Overlords, äh, die Granaten von denen mit, äh, Säure ausstatten kann. Das war's, glaube ich. Säure war's, glaube ich. Und das hat halt den Vorteil, dass sie dann noch stärker gegen diese menschlichen Einheiten sind. Kommt hier anstatt so ein kleines Feuer, kommt dann immer so ein bisschen Gift da mit raus. Das ist dann natürlich brutal effektiv. Und wenn man dann hier so vier Overlords hat, die muss man dann erstmal stoppen. Das kann man wahrscheinlich nur mit geballter Luftverteidigung, äh, mit Luftangriffen machen. Und, äh, selbst da muss man mit Verlusten rechnen, wenn die dieses Gatling-Kanon drauf haben. Ja, ist das, dieser Overlords ist echt. Overtrieben! Ach, du Wortwitz. Wie er schon sagt, mir hält halt nichts auf, ne? Weiter, wir müssen siegen! Ich habe nicht vor, zu verlieren, die Tropfen. Oh, stell dir vor, du stehst da so als einzelner Soldat und dann kommen einfach mal vier so eine dicken Panzer hinter dir um die Ecke. Und sie wissen, du bist da. Einheit verloren. Nehmt die da raus! Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Sind sie das? Genosse General, noch zwei Ziele. Genau, für die Ehre Chinas. Genau, für die Ehre Chinas. Einheit verloren. Die haben geilen Einzelschüssen immer. So, Overlords, fahren wir mal nach da oben, oder? Oh, ne Katze. Miau. Oh. Diese Fässer sind schon nicht zu unterschätzen, ey. Man braucht schon, also, das sind schon fiese Fallen. Alle kennen kein Ehrgefühl. Was denn? Sie haben sich in den Bergen im Nordwesten verkrochen. Hashtag No Order, ey. Einheit verloren. Ich dachte, in meinem Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt, ey. Oh, oh, der Turm, er kippt um, er wird umkippen. Ich dachte immer, der kippt um. Oh, der ist auch noch nicht kaputt. Oh, fahr, 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 fahr. Oh, das war knapp. Oh, meine Katze. Oh, man muss echt schon einen massiven Gegenangriff starten, gegen diese Overlords, ey. Einheit verloren. Noch mal der letzte Verzweiflungstag der Bösen. No. Kommt er denn her. Einheit verloren. Nein, kein Overlord, oder? Ich hab ein Overlord verloren. Nein, wir haben den Propaganda-Overlord verloren. Den müssen wir leider ersetzen. Kommt, drei neue. Vier neue, damit sie es auch lernen. Okay. So, das hätten wir alles. Das haben wir jetzt auch eingenommen. Sind die Overlords noch günstiger sogar. Schützen wir uns mal hier ein bisschen vor Angriffen noch. Ach, guck mal, hier ist noch so ein Nest. Einheit verloren. Oh, fickt euch. Oh, Entschuldigung. X, X, L. Wohin jetzt? Ich kann auch nicht noch... Guck mal, die können sogar trotzdem noch Taneinheiten auf... Einheit verloren. Ich bin die Artillerie. Oh ja, die hat auch noch was raus hier. Genosse General, noch zwei Ziele. Mhm, ich weiß Bescheid. Ich muss hier nochmal kurz meinen Overlord sammeln. Artillerieangriff starten und so weiter und so fort. Ich bin groß. Ich bin groß. Mit hart. Duh, 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 duh. Tja, Leute, ihr habt euch mit dem Fall schon angelegt. Tja, also jetzt haben wir wirklich eine unaufhaltbare Armee hier. Ist ja nicht mal eine Armee, aber was wollen die dagegen tun? Ja, da wird kurzer Prozess gemacht. Jetzt haben wir nämlich auch wieder den Bombenteppich. Das war gutes Timing. Und diesmal starten wir hier den Angriff. Und diesmal werden wir auch unsere Overlords da hinschicken. Ich bin draus. Sieben Overlords, was wollen die dagegen machen? Einheit verloren. Auf sieh! Und weiter vorrücken. Ach, was wollt ihr gegen Overlords tun? Ihr habt keine Chance gegen Overlords. Ich weiß nicht, ob die die ganze Zeit Katzen überfahren oder warum die hier die ganze Zeit... Uh, das tut weh, das tut weh, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Uh! Einheit verloren. Oh, oh, oh. Nichts zu unterschätzen, nichts zu unterschätzen. Oh, Alter, das darf doch nicht wahr sein. Habe ich gerade zwei Overlords verloren. Also, wenn ihr im Multiplayer spielt und ihr habt einen chinesen Gegner und der will mit seinen Overlords alles reißen, so wie ich es tun würde. Bunker bauen, Manneken rein mit Panzerfäusten und schon haben eure Overlords, kommen die uns schwitzen. Und dann geht's noch an der anderen Seite. Habe ich auch hiermit. Hab ich auch hiermit. Habe ich auch hiermit. Habe ich auch hiermit. Habe ich auch hiermit. noch zwei Einheit verloren. Ne, das darf doch nicht wahr sein. Okay, ich hab meine Overlords ein bisschen überschätzt. Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Oh, ey. Schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was dabei auskommt. So, ihr erholt euch mal ein bisschen. Aber könnt aber ja schon mal den Palast zerstören. Pah, ich glaube nicht tot über die. Jetzt kommt hier schon wieder so ein Bunker. Ich glaube, ich war sowieso ein Bunker mal mit dem Lufteingriff zu knacken. Und die sind schon echt nicht ohne. Muss ich mal leider zugeben, ja. Hoho, viel hilf viel. Ja, ich hätte das auch, äh, viel cleverer lösen können und mein, mein Nukleargeschütz einfach in diese Bunker vollen lassen können. Einheit verloren. Vielleicht sollte ich das mal tun. Wow, passt tot. Guck mal her, geschützt. Dies brauche ich mal. Boah, was kommt da alles raus? Einheit verloren. Nein, ach, Leute, ihr stellt euch auch selten dämlich an. Ich zeigwetschel sie. Alles klar, ich bin groß. 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 Jetzt fahr' bevor der Zug kommt, ja. Oh, meine Ecker werden befördert. Dennoch, Herr General, noch zwei Ziele. Jawohl. Es wird Zeit. Atomsprennen können verbreiten. Sind sie so weit? Ich bin groß. Ich bin groß. Weiter Feuer! Ich glaube, diese Overlords hatten sogar Nuklearsprengköpfe. Also, dass es dann hier so aussieht wie bei diesem Geschütz. Ich glaube, damit konnte man sie sogar aufrüsten. Boah, ich war jetzt die ganze Zeit in Gedanken, weil ich noch überlegt habe, wie ich weiter vorrücke. Verzeihung bitte. Ähm. Ah, es wird jetzt nicht mehr lange dauern, ja. Ich werde jetzt nochmal... Na, er ist dann jetzt schon mal zurück. Ich werde nochmal schauen, dass ich jetzt hier die letzten Angriffe überstehe und dann... ...flaggere ich meine Overlords mal. Und werde da oben in der Basis aufräumen, weil... Dennoch, Herr General, noch ein Ziel. Ach, auf die... Ah, ja. So. Miau. So, es kommt jetzt nicht noch ein Zug. Unsere Bomber sind bereit, Genosse General. Oh, die machen noch Schaden, ey. Schade, dass sie nicht automatisch dann diese getarnten Dinger angreifen, wenn sie die dann schon mal entdecken. So, kommt der Bomber dann jetzt bis hierhin durch, wenigstens? Ich meine, hier ist zwar eine Stingerstellung, aber okay. Hier auch, aber... ...dann dürfte er doch schon Bomben geworfen haben, oder ist unterwegs noch was? Einheit verloren. Gut. Vielleicht hat sich das gleich schon erledigt, wa? Ja, mit so einem Ding ist es auch so brutal. Ich stelle mir vor, ich stehe mit so einem Teil vor eurer Basis, ja? Ihr habt keine Luftwaffe mehr, oder sowas. Ich bombardiere eure Basis aus der Entfernung und hier stehen ein paar Overlords, die beschützen ist. Ja, sage ich doch, das hat sich schon erledigt hier. Wir haben gewonnen. Der Artillerieschlag hat es gerichtet. Sehr schön. Schöne Mission eigentlich. Mit den Overlords schön aufgeräumt, mit dem Nukleargeschütz aus sicheren Entfernung. Ein bisschen mehr Risiko eingegangen, als ich hätte müssen, aber dann hätte sich das vielleicht auch noch weiter hinausgezögert. Ja, bei den zerstörten Einheiten ist ja wohl immer ganz klar, ja. Ja, war eine schöne Mission, hat Spaß gemacht. Wir haben zusammen mit den amerikanischen Luftangriffen, also mit den Bombern, zusammengearbeitet und den Gegnern Grund und Boden gebombt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Mission freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, lasst es euch gut gehen. Genießt wie immer den restlichen Tag und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.